Wie man gut in den Tag startet? Morgensport! Musik ...sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wir müssten dir die Füße waschen, umgekehrt. Jetzt tust du uns die Füße waschen. Dann hat Jesus gesagt, nein, ich bin euer Diener. Musik Man kann hier Wölflinge bei der Vorbereitung für das große Spiel beobachten. Ziel ist es, aus den Lagern der anderen Teams Teile einer Karte zu stehlen und den verrückten Professor Dr. Harold Higgins ausfindig zu machen. Das ist Schwester Jacinta. Sie verarztet die Verletzten. Denn davon gibt es bei den heftigen Kämpfen mehr als genug. Musik Und, wie sieht bei euch die Lage aus? Schlecht. Ja, schlecht. Alle greifen uns an. Tatsächlich können sie den Professor finden und so erfolgreich den dritten Weltkrieg verhindern. Was haben wir heute vor? Äh, wir fahren zu einem Piaz. Zu einem Piaz. Zu einem Piaz im Piaz. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wie ist das? Was frisst denn eigentlich so ein Braunbier? Das meiste was sie kriegen ist Obst und Gemüse und sie kriegen eher wenig Fleisch, nicht 7% von. Also keine Leberkasse mehr, oder? Nein. Zurück am Lagerplatz. Hier werden Überlebenshütten gebaut. Das tägliche Highlight ist selbstverständlich die Abendrunde. Das tägliche Highlight. 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 Das tägliche Highlight.